Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, BorgWard is back. Es soll das Comeback des Jahres werden. Fünf Jahrzehnte nach der Pleite ist die Traditionsmarke wieder da. Und es ist ein mittelgroßer SUV. Das Management und die Entwickler kommen aus Deutschland. Gebaut wird der BX7 in China. BorgWard wird wieder für Qualität stehen. Und BorgWard wird wieder die Position einnehmen, die ihm zusteht. Und zwar zu den führenden Autobahnhersteller weltweit. Das Geld für den Neuanfang kommt aus Peking eine Milliardeninvestition. Mit knapp 30.000 Euro soll es ein vergleichsweise günstiger Geländewagen werden. Ein Auto für die aufstrebende Mittelschicht in China, Indien und Südamerika. Ist es dort erfolgreich, kommt es nach Europa. Selbstverständlich erwartet auch der Investor, dass wir profitabel sind. Aber nicht mit dem Druck, dass er sagt, in zwei Jahren müssen wir profitabel sein. Wir brauchen hier einen Mittelfristzeitraum, um profitabel zu werden. Das hängt mit Sicherheit jetzt auch über die Entwicklung der Märkte ab, wie sich China weiterentwickelt und die anderen Märkte, wo wir mit diesem Fahrzeugen im Markt eintreten. Eine alte Marke nach Jahrzehnten erfolgreich wiederbeleben, das hat es so in der Automobilgeschichte noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass es ganz schwierig werden wird. BorgWard kennt in China niemanden. Die Marke muss man bekannt machen. Das wird viel Geld kosten. Auf der anderen Seite setzt man auf das richtige Segment. Aber Vertriebsstrukturen aufzubauen, viele Autos zu verkaufen, wird nicht ganz einfach werden. Nach der Messe-Show sind die Kunden dran. Denn sie entscheiden, ob das BorgWard-Projekt tatsächlich ein Erfolg wird.